Ich bin ein Zebra, weil wir einen Tierpark fahren? Wir sind angekommen in Hodenhagen, Seriengeti-Park. Peltner sind noch keine echten Tiere, ne? Die Sache ist, dass die meisten halt mit so einem Doppeldecker-Bus fahren. Und dann stellen die ihr Auto hier auf solchen Parkplätzen ab, so dass das Auto halt nicht zerkratzt werden könnte von Tiger an Affen und so. Aber wir fahren mit Peltens Auto. Ist das so schlau? Ich weiß nicht. Durchfahrt auf eigene Gefahr. Die einzige Gefahr ist hier mit der Autofahrgünste. Das stimmt. Hier haben wir schon das erste Tier in der Westen. Wir starten jetzt mit Ostafrika. Schaut mal, ne Entenfamilie. Da kommt der Bus. Und der Bus heißt Sandy. Hallo. Links TKWs, rechts Bus. Oh, okay. Hauptsache hier laufen überall so Giraffenlö... Ja. Hier laufen überall so voll krass... Hier sind überall so überkrasse Tiere. Und wir bleiben jetzt schon seit 15 Minuten stehend bei Gänsen. Hier ist Aussteigen auch strengstens verboten. Ja. Was wollen die mir denn machen? Da vorne sind Giraffen. Wusstest du, dass männliche Giraffen am Urin von weiblichen Giraffen riechen, um zu gucken, ob die paarungsbereit sind? Ist ja ekelhaft. Peltner läuft auf uns zu. Sollten wir das Fenster hochmachen? Oh Gott, oh Gott. Die läuft auf uns zu. Oh Gott, oh Gott. Die läuft auf uns zu. Oh, warte. Je dunkler die Flecken auf einer Giraffe sind, desto älter sind die übrigens. Ihr lernt hier noch richtig was. Und die Giraffe hat da gerade auch fett hingeschissen. Teile hier sehen irgendwie aus wie eine Mischung aus einer Esel und einem Pferd und einer Kuh und dir. Ja, die sind ein bisschen langweilig. Entschuldigung, wissen Sie, bleibt mal stehen. Entschuldigung. Au. Wissen Sie, oh ja. Hi. Wissen Sie, wo es wie zu den Zebras geht? Ich bin ein Kumpel von dir. Hey, Kumpane. Jetzt ist ja auch noch dein Kumpane. Ihr seid beides meine Kumpane. Guck mal, wie er guckt. Was ist das für eine Rückenform? Ich würde dir Yoga empfehlen. Doch nicht so, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Deswegen sollten wir die Fenster zumachen. Oh mein Gott. 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 Wir sind jetzt auf jeden Fall in Zentralafrika. Achtung Lebensgefahr, bitte verlassen Sie nicht Ihr Fahrzeug. Bin ich mal gespannt, was hier jetzt für Tiere auf uns warten. Wie geht's dir zu den Zebras? Ich kack gleich auf euer hässliches Auto. Okay, jetzt sind wir in Europa. Das heißt, jetzt kommen wahrscheinlich Tauben und allerhöchstens mal ein Otter. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass es hier die ganze Zeit nach Scheiße stinkt. Aber es könnte auch an dir liegen. Na? Ich würde euch am liebsten anspucken. Wie geht's denn hier zu den Zebras? Ich steck gleich ein Zebra in deinen Arsch. Okay. Ich glaub, das Ding lebt aber nicht, oder? Als wenn das Ding hier einfach so steht und lebt und der jetzt nicht dieses Reh da angreift. Doch, der bewegt sich, guck, der ist echt... Oh mein Gott, okay, mach Fenster zu. Chillt der in der Scheiße mit Wasser im Hintergrund und anscheinend juckt die nie was am Ohr. Müssen wir hupen? Nein. Okay. Jetzt sind wir in Westafrika. Am ersten Mal steht jetzt, dass man auch die Fen... Stopp. ...dass man jetzt auch die Fenster geschlossen halten soll. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum wir von Afrika wieder nach Europa, jetzt wieder nach Afrika. Also wir haben hier tatsächlich nur diese Reh-artigen Tiere hier und sonst gar nichts. Außer so eine komische Figur hier noch. Hier in Nordamerika haben wir jetzt einen Bison, einen Wabdi und einen Zwergesel. Ey, das ist... Wann kommt jetzt hier mal ein Dinosaurier? Der Wasserfall sieht aus wie Pisse. Da fühlt man sich ja gleich wie in Nordamerika, ne? Krass, dass Sandra hier auch chillt. Weil es ein Mülleimer ist. Entschuldigung. 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 Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie kann denn dieser Kack-Rasendings interessanter sein als mein Zebra-T-Shirt? Wir fahren jetzt rein in die Tundra. Das kenne ich nur von Minecraft tatsächlich. Also das meiste hier ist irgendwie leer. Ich weiß nicht. Haben wir irgendein Event verpasst? Sind die alle auf einer Demo hier die Tiere oder so? Entschuldigung. Wissen Sie, wo hier die Zebras sind? Wenn du noch einmal nach Zebras fragst, rasier ich deinen Fuß. Okay. Der arme Leopard ist die seltenste Großkatze dieser Erde. Der ist nur am Schlafen. Die krassesten Tiere, die hängen den ganzen Tag nur rum und schlafen. Wissen Sie, wo hier die Zebras sind? Ich glaube, du kannst langsam aufgeben. Vielleicht weiß ja da vorne, wo die Zebras sind. Hm, 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 hm. Wissen Sie, wo die Zebras sind? Sag mal, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Jetzt sind wir in Südamerika und hier steht wieder, dass man Fenster und Türen geschlossen halten sollte. Hier haben wir einen Flachland-Tapir. Was macht der? Atmet der so? Das hier sind jetzt Wasserschweine. Äh, oh, irgendwas ist passiert. Ey, stell dir mal vor, die können jetzt aufs Auto. Ich weiß. Mach das Fenster runter. Mach es runter. Dann willst du weggehen und nicht mehr weiterfahren. Chillt hier einfach. Wir wollen halt die ganze Zeit schon weiterfahren, aber... Oh, er geht. Sicher, dass da kein Tier mehr ist? Ich weiß es nicht. Ja, fahr erst mal rückwärts, dann gucken wir erst mal. Und was, wenn hinter dir einer ist? Nee, hinter dir ist keiner. Spass. Wisst ihr, wo es hier zu den Zebras geht? Hier steht jetzt sogar so richtig fett. Achtung, Danger, Aussteigen strengendestens, Verboten. Und dann wegen diesen Tieren? Die chillen. Das sind einfach Trampeltiere, die auf dem Boden liegen. Wissen Sie, wo es hier zu den Zebras geht? Als Maul. Boah, er sieht aus wie so ein Ding aus so einem Horrorfilm. Was ist jetzt los mit so einem fetten Pelzmantel oder so? Die sehen einfach aus, als hätten die Make-up drauf. Hier ist jetzt zum ersten Mal so richtig krass abgesperrt. Wieder mit Achtung. Spiegel. Moin. Moin. Habt ihr Schleute an, bitte alle Fenster geschlossen, meinst? Oh. Ups. Luca. Das ist bisher mein absolutes Highlight. Entschuldigung, wissen wir jetzt hier, wo die Zebras hier chillen? Bleib jetzt mal stehen. Bleib jetzt stehen. Hat aber auch einen nicen Ass hier wieder. Ja. Irgendwie ähnelt mir der Tiger da oben bisher mehr als alles andere vom Outfit. Wissen Sie, wo hier die... Wir sind jetzt irgendwie wieder in Afrika, aber jetzt kommt man irgendwie zu den Raubkatzen und man darf nicht mehr mit Blitz fotografieren und wenn irgendwas ist, soll man ganz laut hupen. Wie soll man denn noch leise hupen? Das macht gar keinen Sinn. Die haben alle so einen krass roten Arsch, ey. So fühlt sich mein Arsch auch an, wenn ich so eine halbe Stunde kacken war. Der sucht seinen Kollegen, glaube ich, irgendwie nach Zecken ab oder so. Schon interessant, dass wir von solchen Idioten abstammen. Oh, die haben Facts. Der Bus hat die Farbe von so einem Zebra, ne? Wie ich. Aber wir haben noch kein einziges Zebra gesehen. Entschuldigung, wissen Sie, wo hier die Zebras sind? 20 Meter weiterfahren. Okay. Jetzt geht's aber los hier. Das ist der Schwesten Zebra. Das stimmt ja mehr. Da vorne sind Nashörner, Sträuße, hier vorne sind Schwäne. Okay, sind doch nur Steine. Boah, die haben schon ein krass langes Horn. Wie ich. Zebras! Woo, meine Freunde! Stärk nicht den Kopf in den Sand. Da vorne sind Zebras. Ich bin einer von euch quasi. Verpestig, du Hörn. Was denkst du, wie viel wiegt so ein Nashorn? Boah, ne Tonne? Ich blende es dir mal ein. Ich habe absolut keine Ahnung. Stell dir mal vor, es wird solche Teile in echt geben. In der Größe. So vier Meter lang. Und dann mit diesen Augen, Alter. Ich weiß, dass das nicht echt ist, aber es ist richtig ekelhaft. Oder solche fetten Spinnen, Alter. Boah! Ey, ich mache Fenster auch, obwohl ich weiß, dass das nur Skulpturen sind. Hier vorne mal... Überhaupt hinten! Gegenverkehr! Boah, Alter. Das ist eine riesige Ameise. Ich finde das so ekelhaft, diese Teile. Wenn die so klein sind, okay, aber stell dir mal vor, die wären so vier Meter lang, solche Teile. Dann ist ja sogar ein Marienkäfer ekelhaft. Das war es jetzt hier vom Serengeti-Park. Ich vermisse die Zebras. Ja, ich auch. Die waren ein bisschen schöner als du. Tschüss. Ich vermisse die Zebras.